Vielleicht ist es die Träumerei unserer Familie, dass wir seit vier Generationen wachsen und expandieren können. Fakt ist, dass auch der neueste Traum wahr wurde. Ein Hightech-Werk für den Bau von Häusern, ganz aus Holz und ganz ohne Energieverlust. Mit Holz können wir einfach unglaublich schnell und genau arbeiten. Ob das Mehrfamilien- oder Einfamilienhäuser sind, modern oder klassisch, Elementar ist für uns die Nachhaltigkeit. Wir bauten schon nachhaltig, als es dieses Wort so noch gar nicht gab. Wir bauen nachhaltig aus Überzeugung für kommende Generationen. Es gibt sogar Kunden, die behaupten, unsere Häuser seien die schönste Art, Energie zu sparen. Seit über 100 Jahren nun öffnen sich unsere Tore Tag für Tag und die Männer machen das, was sie am besten können. Häuser bauen, natürlich aus Holz. Hier fertigen wir alle Elemente für den Hausbau vor. Selbstverständlich nicht wie vor 100 Jahren. Heute arbeiten wir mit der neuesten Technologie und der Leidenschaft der Zimmermänner für ihr Handwerk. In Genauigkeit und Geschwindigkeit sind unsere Mitarbeiter kaum zu übertreffen. Und darauf sind wir schon etwas stolz. Wir sind keine Händler, sondern Baufachleute. Provisionen und Zinsen interessieren uns nicht. Uns interessieren Baubiologie, Design und Komfort. Und weil wir unseren ganzen Ehrgeiz in energieeffizientes Bauen stecken, brauchen wir auch keine Kompromisse beim Design zu machen. Denn Kompromisse sind bei gutem Design gar nicht möglich. Darum ist auch jedes unserer Häuser einmalig. Hier drinnen produzieren wir Ihre Träume. Und auf dem Dach produzieren wir Strom. Strom für unser gesamtes Hightech-Werk und für über 50 zusätzliche Häuser. Dafür sorgt die Photovoltaikanlage. Summa summarum, wir bezahlen keinen Rappenstrom. Wir sparen nicht an der Qualität. Wir sparen lieber Zeit und Energie. Durch die enorm effiziente Holzsystembauweise und unsere schnellen, internen Wege, vereinfachen wir die Abläufe rund ums Bauen. Dadurch reduzieren sich die Gesamtkosten und wir können in relevante Faktoren wie Nachhaltigkeit investieren. Und ja, es stimmt. Wir erreichen traumhafte Energiebilanzen. Einfach durch die gelungene Kombination unserer Holzbauweise und modernster Heiztechniken. Unser Wissen über Bauen mit Holz und Energie ist kein Zustand, sondern ein laufender Prozess, an dem jeder einzelne Mitarbeiter beteiligt ist. Vielleicht entstehen darum immer wieder neue Formen und Lösungen. Eben Träume, die wahr werden. Eben Träume, die wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Eben Träume, die wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen.